Meine lieben Geschwister, wenn man einen Menschen liebt, dann folgt man diesem Menschen nicht nur. Man hat sogar Angst, diesen Menschen zu verlieren. Und der größte Verlust für uns in der Akhira wäre, wenn wir den Propheten Mohammed a.s.w. verlieren. Und verlieren tun wir ihn dann, wenn wir es nicht ins Paradies schaffen. Er wurde vom Propheten a.s.w. befreit. Wann auch immer er den Gesandten Allah a.s.w. ansah, machte ihn das glücklich. Durch das bloße Anschauen des Propheten a.s.w. vergaß er alle Sorgen und Probleme der Dunia. Eines Tages sah ihn der Prophet a.s.w. an und bemerkte, dass irgendetwas mit Thauban nicht stimmte. Und der Prophet a.s.w. fragte, Ja Thauban, was ist los? Warum siehst du so traurig aus? Thauban a.s.w. antwortete, Ja Rasulallah, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? So sehr, dass ich dich jeden Tag sehen muss. Dich zu sehen, macht mich glücklich und bereitet mir Freude. Und wenn ich dich ansehe, denke ich an den Tod und an das Jenseits. Und ich denke mir, du wirst in der Akhra bei Allah a.s.w. nicht einfach nur in Jannah eintreten, sondern du wirst die höchste Stufe in Jannah einnehmen. Und du wirst mit den Propheten und den Märtyrern zusammen sein. Und dann werde ich dich nie mehr wiedersehen. Denn wenn ich Jannah betreten sollte, dann werde ich in einer anderen Stufe sein. Und höchstwahrscheinlich werde ich nicht einmal Jannah betreten. Und wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich dich, ja Rasulallah, erst recht nie wiedersehen. Und dann kam Jibril a.s. und offenbarte folgenden Vers. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah seine Huld gewährt, unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Märtyrern und den Rechtschaffenden, wenn ich euch fragen würde, liebt ihr den Gesandten Allahs, dann würde jeder Muslim, der ein wenig Liebe zum Islam im Herzen trägt, diese Frage mit Ja beantworten. Und wenn ich euch frage, wollt ihr mit dem Gesandten Allahs gemeinsam im Paradies sein, auch hier würde jeder Muslim Ja sagen. Doch wir müssen wissen, diesem edlen Mann wurde das Paradies versprochen, uns jedoch nicht. Wenn wir mit dem Propheten a.s.w. gemeinsam im Paradies sein wollen, dann müssen wir ihm folgen. Ansonsten werden wir in der Akhira zu den Verlierern gehören. Fauban Radilauan hatte Angst gehabt. Und wir, wir glauben manchmal, dass uns das Paradies schon sicher ist. Meine lieben Geschwister, oftmals lieben wir die falschen Dinge im Leben. Wir lieben unseren Job und tun alles dafür, um ihn nicht zu verlieren. Wir stellen den Wecker für die Arbeit und wenn der klingelt, stehen wir rechtzeitig auf, damit wir ja nicht zu spät zur Arbeit kommen und unseren Chef verärgern. Doch wenn der Wecker zu Fajr klingelt, dann stehen wir nicht beim ersten Klingeln auf. Warum? Weil wir den Schlaf mehr lieben, als das Stehen vor Allah. Wir lieben unser Smartphone und wir versuchen es zu schützen, indem wir eine Schutzkappe dafür kaufen. Aber wenn es darum geht, unseren Iman zu schützen, dann überschreiten wir die Grenzen Allahs. Warum? Weil wir uns nicht nach der Begegnung mit dem Gesandten Allah s.a.w. sehnen. Wir lieben Dinge, die vergänglich sind. Menschen, die uns im Jenseits in Stich lassen werden. Wahre Liebe gebührt Allah und seinem Gesandten, indem wir das tun, was sie von uns verlangt haben und das unterlassen, was sie uns verboten haben. Möge Allah s.a.w. uns mit dem Propheten Mohammed s.a.w. mit den Märtyrern und mit Thauban radiallahu an gemeinsam im Paradies vereinen. Amen. Amen.